Vor ne Sekunde lag er noch in seiner Ecke. Kaum bin ich hier auf dem Balkon, hab was zu essen. Wer ist hier? Der Paul. Na Paulchen? Paulchen kommt leckerli. Guck mal hier. Guck mal. Aber die Sonne knallt trotzdem ganz schön hier rauf. Und blendet auch ein bisschen. Natürlich Käse für die Aufnahmen. Na die Aufnahmen, die werden was. Aber ich seh nicht auf dem Display. So. Das ist mein Kuchen. Den werde ich jetzt essen. Ich muss meine Hand vor der Oben halten. Na ja. Sieht ganz gut aus. So halt noch zwei Stück für morgen. So dass du halt Cappuccino gemacht. Das ist Paul sein Leckerli. Gras. Was denn? Das ging aber schnell da. Das ging aber schnell. Wenn du mal dein Zeug da draußen geschnallt essen würdest. Pauli, Pauli. Sitz hier und wartest, wa? Ja. Dauert nicht mehr lange. Eine Stunde. Dann ist die Sonne hinter das Haus. Also hinter das Dach. Und dann kommt sie nach der Stunde ungefähr da vorbei. Und um sechs Uhr ist er da. Und dann ist Feierabend. So. Eigentlich wollte ich ja heute ein Video aufmachen. Von meiner Außentour. Aber eh ein Video reicht heute. Ich hab echt kein Bock. Ich bin fix und fertig bin ich. Ja. Hier ist nicht viel zu sehen. Strandgras. Grasnelke. Strandgrasnelke. Na ja. Kann man nicht mehr erkennen. Aber mal sehen. Vielleicht wird das nächste Jahr noch was. So. Ich glaube ich muss mal langsam was essen. Sonst schmilzt es nachher. So. Und Paulchen. Dem wird noch was geben, wa? Weil dann ist hier noch viel zu viel Leckerlis. So. Na ja. Hast du noch was für morgen. Ja. Gras ist noch in Ordnung. Zumindest ein bisschen schön dunkel da drinne. Kommt keine Sonne drin. Und das ist auch nicht so sehr heiß oder warm. Aber die knallt gern schön die Sonne nach. Stell ich fest. Na ja. 27 Grad haben sie angesagt. Aber da sind ja immer Schattentemperaturen. Denke mal hier. Da werden knapp über 30 sein in der Sonne. Ha ha. Paul hat's schon wieder aufgefuttert. Na. Ist ja gut. Na, Paul? Ja, jetzt ist es in Not. Mehr gibt es nicht. Mehr gibt es nicht. Gut. Das war's. Das Video mach ich dann morgen rauf. Wie gesagt, ich hab schon ein Video heute. Und zwei Videos. Das ist immer blöd so was. Wenn man zwei Videos raufmacht. Denn die Benvils behaken sich dann gegenseitig. Ja. Das ist dann. Das bringt nichts. So. Jetzt werde ich erstmal was essen. Na dann. Guten Appetit. Vielen Dank.